Willkommen zurück beim Freud-Film-Filmfreund. Ich begrüße Sie ganz besonders zum zweiten Teil unserer heutigen Vorlesung, in der wir uns kümmern wollen um die Frage nach der Bedeutung von Träumen. Eine Vorlesung über die Psychoanalyse ausgerechnet mit den Träumen zu beginnen, ist erstmal aus verschiedenen Gründen heraus ziemlich naheliegend. Für viele gilt das Buch Die Traumdeutung von Sigmund Freud als Meilenstein für die Entwicklung der Psychoanalyse. Es erschien im Jahr 1899. Freud war zu diesem Zeitpunkt bereits älter als 40 Jahre und in den knapp zwei Jahrzehnten davor bereits recht umtriebig, was seine Versuche anging, das Feld der Psyche zu revolutionieren. Dieses Buch wurde aus verschiedenen Gründen zum Fundament für die gesamte weitere Entwicklung der Psychoanalyse. Nur die gewichtigsten Gründe dafür möchte ich Ihnen jetzt kurz anführen. Erstens, im siebten und letzten Kapitel des Buchs skizziert Freud ein Modell über die Funktionsweise unserer Psyche. Vorstellungen darüber, wie unsere Seele funktioniert, gab es schon seit langem, seit Beginn der Philosophie würde man sagen. Als Freud sein Buch veröffentlichte, gab es aber noch keine etablierte Psychologie. Dieses Modell aus dem siebten Kapitel seiner Traumdeutung ist somit die allererste Veröffentlichung einer durchdachten, schlüssigen und belastbaren Schematisierung von Vorgängen in unserer Seele, die also bestimmen, wie menschliches Denken, Fühlen und Verhalten zustande kommt. Heute, mehr als 100 Jahre später, haben die modernen Neurowissenschaften Befunde hervorgebracht, aus denen die Gültigkeit und Stimmigkeit dieses Modells hervorgeht, was wir uns im Rahmen dieser Vorlesung sicherlich noch genauer anschauen werden. Später, da war Freud dann schon lange tot, nannte man diese Schematisierung das sogenannte topische Modell oder topografische Modell. Darin beschreibt Freud, dass die primäre Aufgabe unserer Seele diejenige sei, Erregung zu verarbeiten und dass sämtliche Vorgänge in unserer Psyche einem Kräftespiel aus drei Formen von Erregungsverarbeitung unterliegen. Es gibt demnach die unbewusste Erregungsverarbeitung, die bewusste Erregungsverarbeitung und die sogenannte vorbewusste Erregungsverarbeitung. Nur als kleine Nebenbemerkung am Rande, seine berühmten Instanzen S-Ich und Über-Ich gibt es da noch lange nicht, die tauchen erst 20 Jahre später auf. Dieses topische Modell wurde dann zum Fundament für die gesamte weitere Theoriebildung innerhalb der Psychoanalyse. Und weil dieses Modell zum ersten Mal in dem Buch vorkommt, würden wir eben auch sagen, dass die Traumdeutung selbst zu einer wichtigen, wahrscheinlich der wichtigsten Basis für die Psychoanalyse geworden ist. Zweitens, mit seinen Vorstellungen über die Funktionsweise der Psyche wird eine Grundlage in die Psychologie eingeführt, die zur damaligen Zeit auch in anderen Disziplinen, etwa der Sprachwissenschaft, um sich zu greifen, beginnt, die aber Freud dezidiert neuropsychologisch konzipiert. Er beschreibt, dass sämtliche Aspekte unseres Denkens, Führenden und Verhaltens lediglich der Versuch unserer Psyche sind, Erregung zu verarbeiten. Bei den Versuchen, Erregung zu verarbeiten, gibt es in unserer Psyche nur einen kleinen Anteil an Vorgängen, die uns bewusst sind. Alles, was uns bewusst ist, hat aber einen Vorlauf an Erregungsverarbeitung, ein Vorlauf, der eben unbewusst ist. Hinter dem Bewusstsein schlummert also gewissermaßen immer und überall das Unbewusste. Für die damalige Zeit war das eine ungeheuerliche Unterstellung. So eine Unterstellung hat ja eine enorme Tragweite. Freud meint, dass unser Bewusstsein in erster Linie überhaupt nur deshalb entsteht, weil unsere Psyche versucht, Erregung abzuführen, die im Unbewussten blockiert ist. Alle Dinge, die uns bewusst sind, sind darum unausweichlich mit unbewussten Strukturen unserer Psyche verbunden. Und das wiederum stiftet die sogenannte Symbolhaftigkeit des menschlichen Denkens, Fühlens und Verhaltens. Weil nämlich alle bewussten Aspekte unseres Denkens, Fühlen und Verhaltens oberflächlicher Ausdruck sind, von den unbewussten und im Unbewussten blockierten Strukturen. Wenn wir unser Denken, Fühlen und Verhalten verstehen wollen, müssen wir deshalb rekonstruieren, mit welchen unbewussten Strukturen sie verbunden sind. Die Psychoanalyse wird als Lehre darüber eingeführt, wie man diese unbewussten Strukturen rekonstruieren kann. Und das in allen Lebensbereichen, die uns im Alltag begegnen. Drittens, in den sechs vorangehenden Kapiteln zum ominösen siebten Kapitel der Traumdeutung entwirft Freud die Funktionsweise von Träumen und liefert dahingehend eine Technik darüber ab, wie die Bedeutung von Träumen zu entschlüsseln ist. Oder, wie er dann unter dem Eindruck seines Modells im siebten Kapitel sagen würde, Träume sind uns häufig bewusst zugänglich, also wir können uns daran erinnern, wir können unsere Träume erzählen, sind aber lediglich der bewusste Ausdruck und als solches Versuch unserer Psyche Erregung abzuführen, die in unbewussten Strukturen aufgehalten, blockiert, gehemmt ist. Mit Hilfe der Technik der Traumdeutung lassen sich diese unbewussten Strukturen herausfinden und rekonstruieren. Das Buch Die Traumdeutung ist deshalb für die Psychoanalyse so fundamental bedeutsam, weil Freud mit dieser Technik der Traumdeutung den Weg beschreitet zu einer neuen Behandlungstechnik für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Davor arbeitet er mit Hypnose und beschönigt seine Erfolge mit der Hypnose, allerdings hat sich die Behandlung mit der Hypnose aus verschiedenen Gründen als äußerst schwierig und im Erfolg sehr limitiert herausgestellt. Durch die Beschäftigung mit den Träumen wird die Hypnose abgelöst von der Arbeit mit dem sogenannten freien Assoziieren. Und von da aus professionalisiert sich die Psychoanalyse als valide und effektive Therapieform, bei der immer auch die hier angesprochene Symbolhaftigkeit in der Verbindung des Bewussten zum Unbewussten, so wie wir es umrissen haben, auch für die Symptome von psychischen Störungen unterstellt wird. Wir werden jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber Sie haben es zumindest einmal gehört, um die Bedeutung dieser Veröffentlichung einordnen zu können. Um die Symbolhaftigkeit des Symptomhaften werden wir uns noch ausreichend an anderer Stelle bemühen. Viertens, es wäre ja auch durchaus naheliegend zu meinen, wenn das Buch schon die Traumdeutung heißt. Und wenn wir schon sagen, dass dieses Buch für die Psychoanalyse so besonders wichtig gewesen ist, dass die Entschlüsselung der Bedeutung von Träumen besonders nachhaltige Wirkung für die Theoriebildung und Professionalisierung der Psychoanalyse eingebracht hätte. Nur hat sich genau das als vergleichsweise unbedeutend herausgestellt. Freud hat präsentiert, dass Träume trotz ihrer Pizarrerie ein logisches Gebilde sind, dem man eine logische Bedeutung ablesen kann. Das ist schon auch wichtig, vor allem wenn Sie bedenken, dass man davor in der Philosophie jahrhundertelang recht krude Vorstellungen über Träume hatte. Da geht es dann um Seelenwanderung, um Zukunftsvisionen oder andere esoterische Erklärungen, wo recht willkürlich gedeutet wird. Freud aber hat sich aus verschiedenen Gründen dazu hinreißen lassen, selbst eine Systematik von der Bedeutung von Traumsymbolen zu erarbeiten, die sich im Nachhinein als unschlüssig und unplausibel demaskiert hat, die vielleicht sogar einen Touch von Esoterik hat. Dazu gehört der Stellenwert von sexuellen Symbolen, die Freud ins Zentrum der Traumaktivität rückt. Wir würden auch in der modernen Psychoanalyse sagen, dass sexuelle Symbole für Träume eine prominente Rolle spielen, aber wir lehnen die Systematik ab, wie sie Freud hier in der Traumdeutung entworfen hat. Man würde also lustigerweise sagen, dass die Bedeutung der Traumdeutung dieser Veröffentlichung gerade in den Teilen des Buches steht, die erstmal nichts direkt mit der Traumdeutung als solches zu tun haben, nämlich mit dem Modell der Funktionsweise der Psyche. Wenn die Vorlesungsreihe lange genug läuft, werden wir die Gelegenheit finden, auch auf die seltsame sexuelle Symbolik und Systematik dieser Symbolik bei den Träumen zurückzukommen. An dieser Stelle reicht es uns vielleicht erstmal festzuhalten, dass die von Freud eingeführte Symbolsystematik von Träumen für die Künstler und Dichter seiner Zeit prägend war, innerhalb der psychoanalytischen Bewegung aber bald seine Dominanz und Bedeutung verloren hat. Wir haben den ersten Teil unserer heutigen Vorlesung mit Conor O'Malley begonnen, jenem Jugendlichen, der im Film sieben Minuten nach Mitternacht jede Nacht von einem Albtraum geweckt wird. Wir haben uns diesen Traum auch angeschaut. Am Friedhof bricht die Kirche zusammen, ein schwarzes Loch tut sich auf, die Gräber stürzen hinein, die Mutter droht hineinzufallen und wird von Conor an der Hand gehalten. Kurz bevor sie aus seinen Fingern gleitet, wacht er dann auf. Wir haben im ersten Teil definiert, durch welche Kriterien wir einen Albtraum von anderen Traumvarianten unterscheiden. Eine inhaltliche Auseinandersetzung haben wir offen gelassen. Wir haben gesagt, dass der Albtraum ein Symptom ist. Wir haben gesagt, dass ein Symptom ein Signal ist und als Signal folgt es der Funktionsweise von Zeichen, so wie man das in der Sprachwissenschaft sagen würde. Für ein Zeichen gilt dann dasselbe wie für ein Symbol. Tatsächlich müsste man ganz korrekt sagen, ist das Symbol auch ein Spezialfall eines Zeichens. Wenn der Albtraum von Conor ein Symbol ist, dann drückt er eine Bedeutung aus, die nicht mit seiner oberflächlichen Erscheinung gleichzusetzen ist. Seine tatsächliche Bedeutung muss rekonstruiert, also eben gedeutet werden. Wir werden in der siebten Vorlesung dieses einführenden Themenschwerpunkts, das ist die Vorlesung mit dem Titel Conors Albtraum, direkt an die Traumdeutung von Freud anknüpfen und die Bedeutung von Conors Albtraum im Detail offenbaren. In den Vorlesungen bis dorthin werden wir durch unzählige Beispiele das fachliche Vokabular einführen, das sich um das Symbolverständnis der Psychoanalyse herum organisiert hat. Das soll uns gleichzeitig darin behilflich sein, die Bedeutung, die der Albtraum dann offenbaren wird, für all diejenigen unter ihnen glaubwürdiger zu machen, die bislang wenig bis gar keine Berührungspunkte mit der Psychoanalyse hatten. An dieser Stelle wollen wir nun aber zunächst einmal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, welche Bedeutung misst man Träumen denn überhaupt aus wissenschaftlicher Perspektive heraus bei? Es gibt viele verschiedene Traumtheorien, die aus den Reihen der physiologisch geprägten Verhaltensforschung, Biopsychologie oder den Anfängen der Neurowissenschaften hervorgegangen sind. In diesen Disziplinen gibt es inzwischen eine detaillierte Vorstellung über die hirnphysiologischen und neurochemischen Prozesse und Funktionen im Gehirn. Jegliches Denken, Fühlen und Verhalten wird diesen Perspektiven gemäß als ein unmittelbares Resultat von solchen biologischen und chemischen Prozessen im Gehirn betrachtet. Verstehen Sie mich jetzt also bitte nicht falsch, natürlich haben alle psychischen Phänomene ihre materielle Basis im Gehirn. Unsere Seele ist also nichts Übernatürliches oder Metaphysisches, das von der Materie losgelöst und irgendwie magisch von außen eingeflößt wäre. In großen Teilen der herkömmlichen Psychologie und auch sowieso innerhalb der Psychoanalyse würden wir aber nicht sagen, dass unser Denken, Fühlen und Verhalten unmittelbares Resultat von so einer materiellen Basis ist. Da ist also noch etwas dazwischen geschaltet, würden wir sagen. Nichts Esoterisches, nichts Magisches, nichts Übernatürliches, sondern etwas, das man psychologisch beschreiben kann. Wir wollen aber nicht zu sehr vorausgreifen. Zu jeder Vorlesung, die ich auf YouTube frei zugänglich und im Speziellen für Sie als Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Projekts auf Patreon freischalte, gibt es exklusiv für Sie ein Skriptum, das ich zusammengestellt habe. Es fasst die wesentlichen Inhalte aus der Vorlesung zusammen und reichert sie punktuell mit weiterführenden Informationen oder Literaturhinweisen an. Bestimmte Kernaussagen sind darin häufig explizit ausformuliert und nummeriert, damit ich hier in der Vorlesung direkt darauf verweisen kann und Sie das auch nochmal gründlich nachlesen können. Wenn Sie in das Skriptum von heute schauen, finden Sie dort unter Punkt 1 eine wissenschaftstheoretische Kernidee der biologisch geprägten Zugänge zur Traum- und Schlafforschung. Dort heißt es über die materielle Basis unserer Psyche, in klassisch neurowissenschaftlichen und verhaltensbiologisch geprägten Disziplinen wird menschliches Denken, Fühlen und Verhalten unmittelbar auf anatomische Bedingtheiten und stoffwechselbezogene Vorgänge des Gehirns zurückgeführt. Um psychologische Phänomene wie zum Beispiel das Träumen zu erklären, liegt der Fokus der Forschung deshalb auf der möglichst detaillierten Beschreibung von anatomischen, biochemischen und neuronalen Bedingungen, Prozessen und Zusammenhängen im Gehirn würden wir noch ergänzen. Wichtig im Hinblick auf die neurowissenschaftliche Traumforschung war die Entdeckung des sogenannten REM-Schlafs durch Eugene Azarinsky und Nathaniel Clydman im Jahr 1953. Genau genommen war es ein Zufallsbefund, wie es so häufig in der Forschung passiert. Die Autoren wollten empirisch untermauern, was landläufig ohnehin vermutet wird, nämlich dass sich unser Gehirn während des Schlafens in einem Ruhezustand befindet. Was sich in der Erwartung niederschlägt, dass seine Erregungszustände während des Schlafens folglich deutlich geringer ausgeprägt sein sollten als im Wachzustand. So eine Abnahme des Erregungsniveaus zeigte sich im EEG, dem Elektroenzephalogramm, einer Apparatur zur Messung der neuronalen Aktivität im Gehirn, dann auch tatsächlich. Vollkommen unerwartet jedoch ließ sich beobachten, dass das Gehirn scheinbar aus dem Nichts heraus und ohne erkennbare Ursache in regelmäßigen Abständen während des Schlafens das Erregungsniveau kurzzeitig anheben lässt, sodass während des Schlafens ein periodischer Zyklus an wellenartigen Erregungszunahmen und Abnahmen entsteht. Zwei wichtige weitere Befunde haben sich dann aus dieser Zufallsbeobachtung heraus ergeben. Erstens, vielleicht ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir beim Schlafen ab und zu sehr heftig unsere geschlossenen Augen bewegen. Auch Säugetiere machen das. Wenn Sie Hunde beispielsweise beim Schlafen beobachten, dann bewegen sich auch die Augen der Tiere ganz wild. Die Tiere knurren und zucken mit den Beinen. Es hat sich gezeigt, dass diese schnellen Augenbewegungen mehrmals pro Nacht auftauchen und zwar immer dann, wenn das Erregungsniveau in diesem periodischen Zyklus ein bestimmtes Level an Höhe erreicht hat. Den kurzen Zeitraum, in dem das Erregungsniveau dann nachts sehr hoch ist und in dem sich diese schnellen Augenbewegungen zeigen, nannte man zunächst paradoxes Schlafen. Gebräuchlicher und auch populärer ist dafür aber die spätere Bezeichnung REM-Schlaf geworden, wobei sich das REM, die aus den Anfangsbuchstaben von Rapid Eye Movement ergibt, also dem schnellen Bewegen der Augen. Zweitens, wenn Sie einen Menschen in dieser REM-Schlafphase aufwecken, wird Ihnen Ihr Opfer, indem Sie da den Schlaf rauben, in den allermeisten Fällen sofort sagen können, was Sie oder er geträumt hat. Es entsteht sogar der Eindruck, dass Sie ihn oder sie unmittelbar während des Träumens aufgeweckt haben. Aus dieser augenscheinlichen Beobachtung wurde der Schluss gezogen, dass sich unsere Träume in der REM-Schlafphase abspielen. Genau genommen argumentierte man, dass der REM-Schlaf das neurobiologische Korrelat, also die körperliche Entsprechung für unser subjektives, wirres Traumerleben ist. Dieses Korrelat war für die Traum- und Schlafforschung eine sehr wichtige Entdeckung, denn man war sich nunmehr sicher, endlich eine sozusagen wissenschaftliche, also nüchterne Ursache für das Träumen gefunden zu haben, um damit gleichzeitig bekräftigen zu können, dass die damals bereits sehr präsent gewordene Traumtheorie von Sigmund Freud aus der Psychoanalyse lediglich pseudologischer Unfug sei. Er hatte eine sehr starke Opposition, eine sehr stark ablehnende Haltung zur Psychoanalyse und dachte, nun endlich könnte man belegen, dass Sigmund Freud sich ganz offensichtlich getäuscht hatte mit seiner Vorstellung, wodurch Träume ausgelöst werden. Träume würden dementsprechend durch nachweisbare neurobiologische Prozesse ausgelöst und nicht durch psychodynamische, psychoanalytische Mechanismen rund um das ominöse Unbewusste, rund um sexuelle Symbolik oder unterstellte Verdrängungsmechanismen. Das hat weitreichende Forschung nach sich gezogen, auf einen Teil davon werden wir in besagter siebter Vorlesung dieses Themenschwerpunkts nochmal eingehen, namentlich auf die Experimente des französischen Forschers Michel Jouvet aus dem Jahr 1959. Jetzt konzentrieren wir uns allerdings lediglich auf die am einflussreichsten gewordene Theorie, die durch den REM-Schlaf und auch die Arbeiten von Jouvet angestiftet wurde. Wir kümmern uns um die Forschung von Alan Hobson. Alan Hobson und seine Kolleginnen und Kollegen konnten in den 70er Jahren im Detail herausarbeiten, was nicht nur neuronal, sondern auch neurochemisch im schlafenden bzw. träumenden Gehirn passiert. Beim Schlafen kommt es in regelmäßigen Abständen dazu, dass in einem sehr speziellen Bereich des Gehirns, nämlich dem Stammhirn, an einer sehr speziellen, genau lokalisierten Stelle ein bestimmter Stoff der Neurotransmitter Acetylcholin auffallend stärker gebildet wird, als im Vergleich nämlich zum Wachzustand oder zu der übrigen Schlafzeit. Es wurde gemessen, dass die verstärkte Produktion des Acetylcholins im Stammhirn zu einer verstärkten Aktivierung von neuronalen Impulsen führt und diese neuronalen Impulse dann den Hirnstamm hinauf in das restliche Gehirn geschleust werden, das nun mit einer Flut von ansteigender Erregung konfrontiert ist. Diese Flut wird zu einem bestimmten Teil abgeführt in Form der ausgelösten schnellen Augenbewegungen, wird aber zu einem bestimmten anderen Teil in anderen Bereichen des Gehirns abgeführt, wie etwa dem limbischen System, wo unsere Gefühle verwaltet werden. Die Erregung landet dann auch zu einem bestimmten Teil in den Bereichen der Großhirnrinde, wo die Wahrnehmung von Motorik, visuellem oder auditivem Input verarbeitet wird. In dem Versuch, diese Erregungen in den verschiedenen Bereichen des Gehirns abzubauen, bringt unser Gehirn die multilokal erregten Areale quasi zusammen, sodass am Ende der Abbau dieser Erregung zu den sonderbaren, bizarren und emotional aufgeladenen Eindrücken führt, die wir als Traum, Traumbilder, Traumfilm wahrnehmen. Man nennt diese einflussreiche Theorie die Aktivierungssynthese-Hypothese, wie sie von Alan Hobson und Robert McCarley im Jahr 1977 veröffentlicht wurde. Die Aktivierung im Namen bezieht sich auf die durch das Acetylcholin ausgelöste Zunahme von neuronaler Erregung im Stammhirn, die Synthese auf den Abbau dieser Erregung in den anderen Hirnstrukturen. Einflussreich war diese Forschung neben vielerlei Gründen, vor allem aus zweierlei Ableitungen, die davon getroffen wurden. Sie hat erstens dazu geführt, dass man lange Zeit dachte, der REM-Schlaf würde Träume verursachen. Das ist ein wissenschaftstheoretischer Fehlschluss, der als solcher in der Originalstudie der Autoren meines Wissens nach, aber ich kann mich auch täuschen, gar nicht vorkommt, sondern im Nachhinein angedichtet, ja zumindest aber im Nachhinein dann erhärtet und verstärkt wurde. Wenn Sie sich mit Statistik halbwegs auskennen, dann wissen Sie, dass man sich zwar freuen kann, wenn zwei Variablen wie zum Beispiel das Träumen und der REM-Schlaf oder womöglich sogar drei Variablen, das Träumen, der REM-Schlaf und die Aktivierung von neuronaler Erregung im Stammhirn in hohem Maße miteinander korrelieren, also zusammenhängen. Was Sie aber niemals daraus interpretieren dürfen, ist, eine Kausalität anzunehmen. Sie dürfen also niemals aus der Korrelation, aus dem Zusammenhang einzelner Variablen schließen, dass das eine das andere erzeugt oder hervorruft. Zweitens, durch diese einflussreiche Studie wurde die Behauptung empirisch zementiert, dass Träume keine Bedeutung haben. Sie können Träume nur interpretieren, wenn das, was Sie träumen, aus einem bestimmten Grund auftaucht, den man eben durch den Akt der Interpretation oder Deutung herauszufinden versucht. Sie können nichts interpretieren, das durch Zufall entsteht. Deshalb, so sagen das die Vertreterinnen und Vertreter dieses klassischen Zugangs zur Traum- und Schlafforschung, würden die Versuche von uns Psychologinnen und Psychologen, Träume zu deuten, genau genommen dem Kaffeesatzlesen entsprechen, so als säßen wir neben Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger im Astronomieturm von Hogwarts und versuchen unter der Anleitung der hysterischen Sibyl Trelawney unser Schicksal aus dem Teesud des Porzellangeschirrs vor uns zu prophezeien. Und so schreibt auch Hobson selbst, der sich immer dezidiert und sehr streng gegen die Traumtheorie der Psychoanalyse ausgesprochen hat, in seinem Buch Das optimierte Gehirn von 2010 davon, seine Befunde würden den modernen Psychotherapeuten dankenswerterweise von jedem einengenden Zwang befreien, überhaupt Träume deuten zu müssen. Sie finden heute noch zahlreiche Forscherinnen und Forscher, die so einer Meinung treu geblieben sind. Wir werden in der siebten Vorlesung des Systemenschwerpunkts einige Befunde aus der jüngeren Neurowissenschaften anführen, die zeigen, dass solche Vorwürfe unbegründet sind, wie sich übrigens auch durch neuere Forschung begründen und zeigen lässt, dass die Grundlagen der Aktivierungssynthese-Hypothese ja auch fragwürdig sind, vielleicht sogar schlicht als falsch anzusehen sind. Wäre Conor O'Malley aus dem Film Sieben Minuten nach Mitternacht tatsächlich ein Patient, der den Weg in unsere Praxis gefunden hat, würde es uns nicht gerade schwerfallen, die Albtraumstörung mit der Krebserkrankung seiner Mutter in Verbindung zu bringen. Das ist ein Film, das ist schon klar, das ist keine echte Patientengeschichte. Natürlich werden im Film Dinge dargestellt, die so unplausibel sind. Trotzdem zeigt der Film etwas, das wir für sehr plausibel empfinden. Der zeigt nämlich einen intuitiven und sehr naheliegenden Zusammenhang zwischen Dingen, die uns im Alltag besonders beschäftigen, und den auftauchenden Elementen in unseren Träumen. Und das ist gleichzeitig einer der stärksten Kritikpunkte, die wir gegen die Hypothese einwenden würden, dass Träumen sei lediglich zufälliges und daher inhaltlich unsinnig zu deutendes Geschehen. Man könnte sagen, dass der Albtraum Ausdruck davon ist, dass es etwas gibt, das in Conor emotional arbeitet, das ihn also beschäftigt, belastet, vielleicht auch zu überfordern droht, das ihn ängstigt, traurig werden lässt und Hilflosigkeit auslöst. Und zwar in so einer Heftigkeit und mit so einer gefühlvollen Bedeutung für sein Leben, dass es ihn auch nachts nicht loslässt. Sodass der Albtraum quasi der Versuch ist, etwas bearbeitet zu kriegen, für das es tagsüber keine so einfache Bewältigung oder Lösung gegeben hat. Wir könnten also unterstellen, dass eine sehr wohl sinnige Funktion des Träumens gerade darin besteht, das zu verarbeiten, was uns tagsüber schwer beschäftigt, egal ob das, was uns beschäftigt, explizit, also bewusst ist oder lediglich vage sozusagen im Hinterkopf in uns arbeitet. Innerhalb der Schlaf- und Traumforschung hat sich für so eine Auffassung der Begriff der Kontinuitätshypothese festgesetzt, der auf die Forschungsarbeiten des Teams rund um Calvin Hall stammt und erstmalig 1972 publiziert wurde. Gemeint ist, dass sich die Traumbilder aus einer kontinuierlichen, im Schlaf weiter fortgesetzten Verarbeitung von Erlebnissen aus unserem Alltag ergeben. Diese Auffassung ist eingebettet in ein Forschungsverständnis oder Kausalitätsverständnis aus der herkömmlichen, möchte man sagen, also kognitiv orientierten Psychologie, wie sie den Mainstream innerhalb der Psychologielandschaft heute darstellt. Dazu heißt es im Skriptum, das ich für unsere heutige Vorstellung zur Verfügung stelle, unter Punkt 2. So eine auf hirnanatomische und neurochemische Bedingungen, Prozesse und Zusammenhänge fokussierte Schwerpunktsetzung, Klammer auf, wie es also in der Neurobiologie und klassischen Neurowissenschaft passiert, Klammer zu, lässt leicht übersehen, dass Funktionen und Abläufe in unserer Psyche in starkem Maße von psychischen Faktoren selbst beeinflusst und durch mentale Prozesse bestätigt, werden. In einer modernen, kognitiv orientierten und verhaltensbiologisch geprägten Psychologie wird menschliches Denken, Fühlen und Verhalten, wie zum Beispiel das Träumen, als unmittelbares Ergebnis von solchen mentalen Prozessen verstanden, allerdings nur insoweit, wie diese dem naturwissenschaftlichen Selbstverständnis der Disziplin folgend, im Experimentalsetting kontrollierbar, objektiv messbar, statistisch berechenbar und gültig replizierbar sind. Das klingt kompliziert, aber so kompliziert ist es gar nicht gemeint. Anders als in der Aktivierungssynthese-Theorie geht man in der allgemein üblichen Psychologie also davon aus, dass Träume tatsächlich eine Bedeutung haben, die also auf der angesprochenen Ebene der mentalen Repräsentationen oder des mentalen Funktionierens zu finden sei. Was heißt das? Meine Disziplin, die Psychologie, hat seit Jahrzehnten schon einen Schwerpunkt auf der kognitiven Theorie, die ihren Ursprung in der Verhaltensbiologie und im Behaviorismus hat und damit heute noch den Mainstream, den Fokus, das Schwergewicht, auf ein naturwissenschaftliches Verständnis psychologischer Forschung verlagert hat. Wenn Sie psychologische Forschung streng naturwissenschaftlich betreiben, dann geht damit eine definierte Art des methodischen Vorgehens einher. Sie möchten psychische Vorgänge möglichst eindeutig beschreiben, möglichst objektiv messen und stichhaltige Zusammenhänge aus experimentellen Versuchsanordnungen ableiten, um diese dann durch statistische Berechnungen für ein Verständnis von menschlichem Denken, Fühlen und Verhalten zu interpretieren. Wenn Sie das so machen wollen, erfordert das die klare Formulierung von Hypothesen, die Überprüfung dieser Hypothesen durch Experimente, Experimente mit kontrollierbaren Bedingungen und die Verallgemeinerung dieser Ergebnisse unter der Einhaltung bestimmter Normen und methodischer Gütekriterien. Ein Schwerpunkt des Psychologiestudiums, durch das sich ein Großteil der Psychologiestudierenden in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland im Rest der Welt quälen muss, besteht ja gerade darin, sich die ganzen komplizierten Feinheiten der naturwissenschaftlichen Methodik anzueignen. Diese Feinheiten lasse ich an dieser Stelle mal außen vor. Ich verweise lediglich auf die Literatur, die im Skriptum dazu angeführt ist. Wenn Sie Psychologiestudierende oder Studierender sind, müssten Sie dieser Methodik aus dem Studium ohnehin schon etwas überdrüssig sein. Für alle Laien unter Ihnen habe ich auch recht einfach verständliche Einführungsliteratur in das Forschungsverständnis der Psychologie mit im Skriptum aufgelistet. Ich werde mich noch bei vielen anderen Gelegenheiten darum bemühen, Ihnen die Psychoanalyse auch in Abgrenzung zur herkömmlichen Mainstream-Psychologie, wie sie eben ein Schwerpunkt auf die kognitive Theorie hat, zu vermitteln. Denn, so viel sei jetzt schon mal vorweg gesagt, die klassische Psychoanalyse und in bestimmten Teilen auch die moderne Psychoanalyse hat erstmal mit naturwissenschaftlicher Forschungsmethodik recht wenig zu tun. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und stimmig so. Aber, das sei mir auch erlaubt an dieser Stelle schon vorweg zu schicken, Sie begehen einen schweren Fehlschluss, wenn Sie sich zu der Annahme hinreißen lassen, die Psychologie als Naturwissenschaft zu begreifen, sei selbstverständlich oder die einzige legitime Betrachtungsweise. Das wird wahrscheinlich so im Studium vermittelt, aber da darf man schon auch ideologische Befangenheit diagnostizieren. Es gibt auch eine Psychologie, die seriös ist, abseits des naturwissenschaftlichen Forschungsverständnisses. Wenden Sie jedenfalls ein solches naturwissenschaftliches Forschungsverständnis auf die Frage der Bedeutung von Träumen an, so werden Sie mit der Kontinuitätshypothese sehr zufrieden sein, denn Sie haben hier den Vorteil, dass Sie bei einer unterstellten Kontinuität zwischen Erleben im Wachen, also den Dingen, die uns tagsüber beschäftigen, und der Verarbeitung im Traum, die Leute, die in ihren Experimenten teilnehmen, bloß zu fragen brauchen, erstens, was Sie im Alltag beschäftigt, und zweitens, wovon Sie geträumt haben. Beziehungsweise können Sie mit den Probandinnen und Probanden Ihrer Experimente vor dem Schlafen gehen bestimmte sehr emotional besetzte Dinge machen, wie etwa angstbesetzte Stimuli, Reize zeigen oder Geschichten vorlesen, und sich nach dem Schlafen schildern lassen, was davon in den Träumen tatsächlich aufgetaucht ist. Dazu braucht es keine sonderlichen Unterstellungen, es braucht keine Deutung von Traumsymbolen, und es kann, ganz konform mit dem streng objektiven Experimentaldesign, standardisiert, durchgeführt, gemessen und ausgewertet werden. Damit ist man dann sehr weit entfernt von Sibyl Trelonis Astronomieturm. Sie können einfach eine Fortsetzung unterstellen und sagen, das, was im Traum auftaucht, ist auch tatsächlich das, was mich gerade im Alltag beschäftigt. Wie selbstverständlich würde man also im Falle von Conor O'Malley unterstellen, dass der Albtraum direkt aus der Beschäftigung mit dem Tod seiner Mutter hervorgeht. Die Symbolik des Traums lässt sich durch so eine Unterstellung recht unmittelbar verstehen. Der Friedhof symbolisiert die Todesthematik, der Zusammenbruch der Kirche, den Zusammenbruch seiner Welt, vielleicht auch seines Glaubens, seiner Zuversicht. Aber das wäre für manche, die in der kognitiven Psychologie beheimatet sind, vielleicht schon zu viel gedeutet. Man würde sagen, das schwarze Loch symbolisiert den Krebs, das Festhalten der Mutter, seine Angst, sie zu verlieren. Alles also erstmal sehr naheliegend, sehr eingängig, sehr intuitiv. Welchen Stellenwert die Kontinuitätshypothese für die Schlaf- und Traumforschung hat, wird in einem sehr prägnanten, kurzen, pointierten Artikel von Michael Schredl deutlich. Den habe ich Ihnen als Quellenangabe hinzugefügt, indem Sie auch ganz kurz ein paar Beispiele von durchgeführten Studien beschrieben sehen, die diesen Zusammenhang zwischen Erleben tagsüber und Träumen nachts auch verdeutlichen. Natürlich würden jetzt die Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker sagen, spielt das, was uns im Alltag besonders beschäftigt, eine Rolle und mischt sich in die Bilder von Träumen ein. Wir haben für diese Einmischung auch einen speziellen Begriff innerhalb der Psychoanalyse, nämlich den Tagesrest. Damit wollen wir ausdrücken, dass ein Traum ein bestimmtes Narrativ hat, das an der Oberfläche wie eine mehr oder weniger bizarre, manchmal sexuelle, manchmal aggressive, manchmal unterhaltsame, vielleicht ängstigende Geschichte oder eben wie so ein kleines Filmchen wirkt, deren Bausteine, also deren Kulisse, Szenenbild, Requisiten oder Schauspielerinnen und Schauspieler, um die Filmsprache zu bedienen, also deren Bausteine teilweise den Erlebnissen und Eindrücken aus unserem Alltag entlehnt sind. Hinter der Oberfläche gibt es allerdings noch ganz andere Bedeutungen, die nicht direkt beobachtbar sind und die deshalb auch nicht so eine weiteres erinnert oder erzählt werden können. Wenn es solche Inhalte gibt, die verborgen sind, die nicht beobachtbar sind und die erstmal nicht erinnert oder erzählt werden können, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, sie erfahrbar zu machen, sie müssen nämlich irgendwie aufgedeckt werden. Und das funktioniert durch die Deutung der Träume. Jede Deutung ist eine Unterstellung. Eine Unterstellung, die weder objektiv noch standardisiert sein kann, die auch nicht einfach wahr oder falsch sein kann. Deutungen sind immer uneindeutig. Das ist ein heikles Merkmal, weshalb die naturwissenschaftlich ausgerichtete, kognitiv orientierte Mainstream-Psychologie von jeher ein Problem mit dieser Art der Rekonstruktion von verborgenen Bedeutungen anhand des Traummaterials hat. Und das ist letztlich auch ein Grund, um die Psychoanalyse so heftig abzulehnen. Diese Art der Interpretation, von der ich hier rede, wurde erstmalig in dem Buch die Traumdeutung vorgestellt. Darin zeigt Freud, dass die Psyche eines erwachsenen Menschen auf Basis von bestimmten Schablonen funktioniert, die erstens ablaufen, ohne dass wir es bewusst mitkriegen und die zweitens ihren Ursprung in der frühen Kindheit haben. Träume sind für Freud vor allem deshalb ein faszinierendes Phänomen, weil durch die Eigenheiten ihrer Funktionsweise diese an sich nicht bewussten und aus der frühen Kindheit stammenden Schablonen besonders eingängig rekonstruiert werden können. Freud spricht nicht von Schablonen. Wir wollen es aber heute in unserer allerersten Vorlesung nicht allzu kompliziert machen, indem wir gleich heute schon das gesamte Vokabular einführen, das daraus hervorgegangen ist. Wir werden in der siebten Vorlesung noch dezidiert auf die Funktionsweise von Träumen aus psychoanalytischer Perspektive zu sprechen kommen. Das habe ich heute schon mal gesagt und wir werden sowieso im Rahmen dieser Vorlesungsreihe insgesamt noch ganz häufig auf das Modell, das topische Modell zu sprechen kommen, das Freud in der Traumdeutung über die Funktionsweise unserer Psyche entworfen hat. Hier werden wir nur erstmal etwas Allgemeines darüber ableiten, was die psychoanalytische Perspektive über die Beschäftigung mit unserem Denken, Fühlen und Verhalten beisteuern kann. Dazu steht dann im Skriptum unter Punkt 3 folgendes. Typischerweise unterschätzt man innerhalb der herkömmlichen kognitiv dominierten Psychologie die Bedeutung von jenen Einflüssen und Zusammenhängen, die außerhalb der Möglichkeiten des Experimentalsettings liegen. Genauso wird häufig übergangen, dass mentale Prozesse, wie sie dort beschrieben und beforscht werden, selbst einer Funktionslogik unterliegen, die sich nicht direkt messen, berechnen oder replizieren lässt. In der Psychoanalyse gehen wir davon aus, dass menschliches Denken, Fühlen und Verhalten lediglich oberflächlicher Ausdruck von eigentlich dahinter wirksamen und kompliziert verschalteten Prozessen ist, die sich einer direkten Beobachtung oder Erfassung entziehen und daher nur über mühsame Deutung abstrahiert werden können. Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker würden sagen, dass der Albtraum von Conor O'Malley signalisiert, dass es etwas gibt, das in ihm arbeitet, das aber so gefährlich für ihn ist, dass es keinen Platz im bewussten Denken, Fühlen oder Verhalten haben darf oder haben kann. Weil es unsere erste Vorlesung ist, vereinfache ich sehr stark, wenn etwas keinen Platz in unserem Bewusstsein haben kann oder haben darf, dann muss es etwas sein, das für unser Bewusstsein sehr gefährlich ist, das also vom Bewusstsein ferngehalten werden muss. Träume geben uns, wie kein anderes Phänomen, eine Ahnung davon, was das sein könnte, das da an gefährlichem Material in uns schlummert und verborgen arbeitet. Das ist aber nicht nur mit Träumen so, das gilt neben vielen anderen Phänomenen auch für die Symptome von psychischen Erkrankungen. In meiner Disziplin, der Psychologie, wird häufig so getan, als wäre eine psychische Störung gleichzusetzen mit den Symptomen einer psychischen Störung. Tatsächlich sind Symptome aber lediglich die Oberfläche, durch die ersichtlich wird, dass es unter der Oberfläche in den tieferen Strukturen unserer Psyche etwas gibt, das wir so sehr als bedrohlich erachten, dass es abgewehrt werden muss. Das Symptom einer psychischen Erkrankung wäre dann also so etwas wie das Resultat einer Abwehr von von tiefer liegenden gefährlichen psychischen Prozessen. Falls das jetzt zu unklar oder verworren für Sie klingt, lassen Sie sich bitte versichert sein, dass wir genug Vorlesungen zur Verfügung haben werden, um diese Zusammenhänge in aller Ausführlichkeit und mit ganz vielen Beispielen zu beleuchten. Ich denke, wir können den Film sieben Minuten nach Mitternacht deshalb so zuverlässig als eine klinische Fallgeschichte betrachten, weil dort so offensichtlich und gleichzeitig so poetisch schön ohne plump zu sein gezeigt wird, dass der Albtraum, das Symptom, darauf hinweist, dass es etwas in dem Jungen außerhalb seines Bewusstseins gibt, das gefährlich ist und in ihm arbeitet. Das klingt kryptisch, kann ich mir vorstellen. Und bevor wir das aber anhand des Albtraums festzumachen versuchen, möchte ich Ihnen ein anderes Beispiel geben, dass das etwas deutlicher zu machen vermag. In der Romanvorlage von Patrick Ness ist mir ein Detail aufgefallen, das ich besonders symbolträchtig finde. Seit geraumer Zeit flüstert Connor vorsichtig den Namen der Mutter, bevor er im Haus einen Raum betritt. Wie er selbst sagt, macht er das, damit er sie nicht erschreckt, falls sie nämlich im Bett, auf dem Sofa, am Esstisch versehentlich eingeschlafen ist. Stellen Sie sich einmal vor, was das heißt. Wie es für den armen Jungen sein muss, mit einer so schwer gezeichneten, entkräfteten kranken Mutter zusammenzuleben. Also, was das also auch für die Atmosphäre im Haus bedeutet. Wenn wir die psychoanalytische Argumentation ernst nehmen, wonach wir im Alltag Dinge häufig nur an der Oberfläche merken, die eigentlich tief in uns im Hintergrund arbeiten, dann können wir auch dieses Flüstern, das Flüstern des Namens der Mutter vor dem Betreten eines Raums im Haus so betrachten, dass es lediglich oberflächlicher Ausdruck ist für etwas anderes Verborgenes im Hintergrund, das also nicht unmittelbar direkt sichtbar ist. Psychoanalytisch gesehen kommt mir dieses Flüstern wie ein Test vor. Es wirkt, als würde irgendein Teil in Connor herausfinden wollen, ob die Mutter da ist oder nicht. Also nicht, ob sie schläft oder wach ist, sondern quasi, ob sie noch am Leben ist oder schon fort ist im Tod. Und das wiederum zeigt uns im Grunde gleichzeitig sein Bedürfnis nach emotionaler Resonanz. Den Wunsch also eines Jungen, eine lebendige Mutter zu haben, mit der er in lebendigem Kontakt sein kann, die auf ihn reagiert, die mit ihm interagiert. Es scheint ja, wie das Natürlichste der Welt, dass Kinder eine Mutter haben wollen, die wach ist, die aufmerksam ist, die sich liebevoll kümmert, von der also eine Wärme, Geborgenheit und ein Interesse für den Sohn ausgeht. Nur lassen sowohl Roman als auch Film erahnen, dass gerade so eine gewünschte, nachvollziehbare Resonanz, Spiegelung, Bezogenheit von der Mutter ausbleibt, verwehrt wird, ja verweigert wird. Der Psychoanalytiker Andre Green hat in einem vielfach aufgegriffenen Konzept von der sogenannten toten Mutter gesprochen und meinte damit keine Mutter, die wirklich tot ist, sondern eine Mutter, die emotional nicht erreichbar ist. Er hat gezeigt, dass eine emotional nicht erreichbare Mutter für die psychische Entwicklung eines Kindes gefährlich sein kann. Je mehr Lehre es in der Beziehung zur Mutter gibt, desto mehr ist das Kind praktisch dazu gezwungen, so eine Lehre für sich selbst zu übernehmen. Plötzlich wird man dann selbst von einer unerklärlichen Lehre beherrscht, die dann aus dem eigenen Inneren zu kommen scheint und einen von innen heraus unlebendig werden lässt. Für diejenigen von Ihnen, die bereits von der Psychoanalyse gehört haben, ist natürlich klar, dass hier der Mechanismus der Identifikation angesprochen ist. Ein Kind mit einer emotional toten Mutter identifiziert sich mit der Lehre, die von dieser Mutter ausgeht und übernimmt diese Lehre ins Innere selbst, wird also plötzlich selbst innerlich irgendwie leer, träge, unlebendig. Ganz von der tödlichen Krebserkrankung eingenommen und schwer durch die Beschwerden und Behandlungsnebenwirkungen angeschlagen, wandelt die Mutter praktisch als leere Hülle durchs Haus. Nicht scheintot, sondern scheinlebendig, sozusagen ohne Wärme, Geborgenheit, ohne Interesse für Connor, den introvertierten, nachdenklichen, melancholischen, verschlossenen und isolierten Sohnemann. Sein Flüstertest kann uns auf diese Weise wie ein Symbol zeigen, dass es Dinge gibt, die im Hintergrund in Connor arbeiten, ohne dass er sie so klar benennen kann. Es passiert also in einer tieferen Schicht seiner Seele, die dem Bewusstsein erstmals nicht so leicht zugänglich ist. Wir vermuten also, dass es unbewusst ist. Das Unbewusste ist einer der zentralsten, wenn nicht sogar der zentralste Begriff für die Psychoanalyse. Und ich werde im Rahmen dieser Vorlesungsreihe noch hoffentlich genug Zeit zur Verfügung haben, um plausibel zu machen, was es mit diesem zentralsten aller Begriffe auf sich hat. Würden wir Connor O'Malley sagen, du testest doch mit deinem Flüstern, ob deine Mutter noch lebendig ist, weil du Angst davor hast, selbst durch Identifikation mit der todkranken Mutter im Sterben zu versinken, dann würde Connor wohl sehr wahrscheinlich nicht zustimmen. Vielleicht würde er sogar heftig protestieren und wütend entgegnen, dass wir aufhören sollen, so einen Müll zu labern. Er will doch einfach nur wissen, ob die Mutter eingeschlafen ist oder nicht, weil er will sie ja nicht wecken. So eine ablehnende Haltung ist nachvollziehbar und kann selbst Indiz sein. Denn unbewusst ist ja immer gerade das, was wir nicht wahrhaben wollen und deshalb abwehren müssen. Wenn uns das dann jemand sagt, ist es nachvollziehbar, dass wir dann umso stärker dagegen protestieren müssen. Wir müssen es also abwehren, wir müssen es also verdrängen. Mit der Verdrängung haben wir also einen zweiten, vielleicht den zweitwichtigsten Begriff der Psychoanalyse benannt. Und auch was diesen Begriff angeht, werden wir noch genug Raum finden, um ihn gründlich zu beleuchten. Im englischen Original heißen Roman und Film A Monster Calls. Connor hat nämlich zunächst einmal die Überzeugung, das Baummonster würde nach ihm rufen und etwas von ihm wollen. Bald stellt sich heraus, dass es genau andersherum ist. Ein Teil in Connor hat nach dem Baummonster gerufen, weil er Hilfe braucht, um mit dem nahenden Tod seiner Mutter zurechtzukommen. Und so ist das Monster auch gar nicht so böse, wie man es angesichts seiner monströsen Erscheinung vermuten möchte, nur sagt es sehr absonderliche Dinge, die Connor schwer verstören. Genau genommen formuliert das Baummonster Deutungen darüber, was in Connor vor sich gehen könnte, was er aber nicht wahrhaben will und wovor er am liebsten weglaufen möchte. Er deutet also das Unbewusste und er konfrontiert ihn mit Verdrängung. Wenn wir uns seinem Traum psychoanalytisch annähern, dann würden wir festhalten, ein Traum zeigt das in maskierter Form, was wir eigentlich zu verdrängen versuchen. Es ist kein Monster, das uns nachts besucht, denn die seltsamen Bilder, die unsere Träume und Albträume beherrschen, gewinnen ihre Kraft direkt aus unserem Unbewussten. Hinter den Bildern, die wir vom Traum erzählen können, schlummert also eine verdrängte, unbewusste Bedeutung. Die Angst vor dem Tod der Mutter muss Connor nicht verdrängen, denn diese Angst ist ja ganz nachvollziehbar und die ist ihm auch ganz bewusst. Was also ist die verdrängte Bedeutung seines Albtraums? Ich werde diese Frage jetzt beantworten und damit wären wir dann auch für heute am Ende. Was bedeutet, dass wir uns in den nächsten Vorlesungen die Zeit nehmen müssten, um die Antwort, die ich gleich geben werde, plausibel zu machen, weil sie an dieser Stelle wahrscheinlich erstmal ziemlich abwegig klingen mag. Ich schätze mal, wir werden einige Vorlesungen brauchen, um das nachvollziehbar zu machen, was ich gleich sagen werde. Wenn wir aber unsere erste Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse schon so effektreißerisch mit der Angst vor dem lebendig begraben werden begonnen haben, dann dachte ich mir, ja, können wir ja auch effektreißerisch aufhören. Wir hören deshalb auf mit einem Cliffhanger und der kommt jetzt. Psychoanalytisch betrachtet ist es nämlich mehr als offensichtlich, dass der Albtraum Connors Wunsch zeigt, dass die Mutter endlich sterben soll. Und damit bis zum nächsten Mal.